Leute, 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 in der heutigen Folge von Roblox Brokehaven hat Emily mich zum Ausrasten gebracht. Naja, wie soll ich sagen, das Video ist auf jeden Fall mega lustig geworden, das heißt schaut euch das Ganze einfach mal an und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, und da sind wir auch schon und mit dabei ist die liebe Emily. Was geht, Freunde? Was machen wir heute? Ähm, ich weiß es nicht. Perfekt, ja, so ungefähr, wir haben hier ein Oreo-Keks. Oh, lecker, ich liebe Oreos. Ja, hätte ich dich nicht davon abgehalten, hättest du die schon vor der Aufnahme gegessen. Oh, man, Leute, immer wieder das Gleiche. Jedenfalls spielen wir eine Partner-Robbie oder so, ich weiß es nicht. Ja, wir müssen zusammenarbeiten. Yay, aber wir sind gar kein Team. Gehst du links oder rechts? Ähm, ich gehe einfach mal nach rechts, weil ich recht hinterher bin. Okay, ich bin aber auch rechts. Okay, egal. Okay, ähm, warte, du hast mir jetzt eine Brücke gemacht, ne? Ja, nochmal, weil du so schlecht bist. Ja, danke schön, das habe ich auf jeden Fall nötig. Okay, ich kann jetzt hier einen Knopf drücken. Macht der irgendwas bei dir? Ja, kannst du irgendwie mehrere? Ja. Oh, Mann, bist du ein Noob, Alter. Jetzt gehst du wieder hoch hier. Okay, danke schön. Dann habe ich hier noch mehr Knöpfe. Oh, Mario, ich bin so schlecht. Ich weiß. Oh Gott, oh Gott. Und? Ah! Oh, ich habe es geschafft. Okay, ich habe hier noch einen Knopf für dich. Ja, das wäre gut. Ich habe sogar einen Knopf für dich. Also, ich glaube, die Seite, die du dir ausgewählt hast, war auf jeden Fall die schwierige Seite. Ja, das ist gar nicht mal so gut. Das nächste Mal gehst du jetzt einfach mal nach rechts. Oh, ich muss nach oben, lol. Hä? Hä? Achso, du bist... Oh. Ah, was geht? Was geht? Und ich bin unten. Müssen wir nochmal springen hier, oder was? Ja. Nicht runterfallen, weil sonst müssen wir alles nochmal von vorne machen. So, dein Liebes für mich. Okay, ich habe auch ein bisschen was für dich. Dankeschön. Dankeschön bei dir hier. Ja, und hier ist ein Knopf zufällig für dich. Oh, das gefällt mir sehr gut. Okay, dann habe ich... Okay, hier ist wieder ein Knopf für dich. Okay, nochmal. Und nochmal für dich. Siehst du das da vorne, Mario? Ja, lass da hingehen. Lol, gibst du die wirklich? Ja, hast du die noch nie gegessen? Nö, was ist das denn für ein Geschmack? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das schmeckt eigentlich gleich. Hm, vergoldene. Wow. Wow. Vergoldete Oreos, vergoldene. Ja. Ich gehe hier links lang. Okay, dann gehe ich rechts ran. Oh Mann, hier. Das ist mir ein bisschen zu sch... Oh Gott, oh Gott, warte mal. Hopp. Ich glaube, das war keine gute Idee. Ja, das war keine gute Idee. Höh. Im letzten Sprung? Oh, oh, ich bin auf... Oh, ähm... Ja, das ist eventuell nicht so gut. Hast den Checkpoint nicht mitgenommen. Okay, äh, willst du nicht doch lieber den Weg gehen? Nö, ich bin schon losgelaufen. Hä, bist du nicht... Oh, ich bin runtergefallen. Oh Mann, ich bin ein Mega-Noob. Bitte funktioniere. Okay. Oh Mann. Wir sind gerade nicht die komplette Map von Anfang an, weil Mayo den Checkpoint nicht mitgenommen hat. Ja. Kann sein, kann sein. Willst du nicht zu den Keksen? Doch. Okay, weiter. Aber ich will dich nicht mitnehmen zu den Keksen. Ich will die alle für mich alleine haben. Okay, ich hab's geschafft. So. Okay, dankeschön. Okay, auf den Checkpoint springen. Ganz genau springen. Ganz gut mitnehmen. So, noch einen kleinen Snack. Und weiter gehen. Okay, weiter geht's. Komm her. So. Ey, ich bin... Let's go springen. Okay, dann geh ich mal links. Zack. Okay, springen. Und yeah. Okay, springen. Und springen, Mayo. Und springen, Emily. Und springen, Mayo. Und springen, Emily. Und springen runter, Mayo. Mayo. Ey, spring du runter, Emily. Oh, ich hab vergessen, springen zu sagen. Aber du hättest ja denken können, dass du springen kannst, oder? Ja, ja. Ich geh diesmal rechts. Let's go. Dann geh ich wieder links. Spring, Emily. Okay, nochmal von vorne. Das macht ja mega super Spaß. Ja, ich freu mich schon auf die nächsten 300 Sprünge, die wir vor uns haben. Yay, ich bin auch noch ganz ruhig, Mayo. Mal gucken, wie lange noch. Ja. Wie lange braucht es eigentlich, bis du das so wieder komplett ausrastest? Ja, spring doch einfach nochmal komplett runter und nimm den Checkpoint. Boah, das war mega knapp, was ich gerade gemacht habe. Okay, spring, Mayo. So. Okay. So. Okay, gehst du jetzt nach oben irgendwie? Ja. Oh, okay, okay. So. Und? Ja. Yeah. Nein. 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 Emily, bist du dumm? Was machst du? Ja. Alles nochmal von vorne. Ich geh links lang. Okay, wir haben es nach Ewigkeiten geschafft, Leute. Oh Mann, Emily ist hundertmal runtergefallen. Ja, ja, ja. Lassen wir das mal so stehen. Ja, ich schneide es rein. Das ist Mayo, was? Nein. Okay, kannst. Okay, du kannst. Du kannst. Oh, okay, du kannst. Du kannst nicht, doch du kannst. Ah, ey, so hast du was nicht. Okay, Mayo, was schnell. Du kannst. Okay, ich hab's. Ich bin oben. Okay, du kannst. Und? Let's go. Oh. Warum? Nein. Was passiert das hier? Bist du jetzt wieder ganz am Anfang? Okay, Leute. Natürlich, nachdem Emily absolut runtergefallen ist, sind wir jetzt wieder hier. Du kannst. Los geht's. Ich hab gesehen, wie lustig du runtergefallen bist. Ja, ich mach dann einfach ohne dich. Ich kann ja gar nicht ohne dich weitermachen. Los geht's. Hä? Okay, Mayo, ich fang jetzt an und du guckst, wie der Profi das macht. Also, ob du es geschafft hast. Ja, natürlich. Ich hab's auch geschafft, weil ich bin der Profi. Ja, ja, ja. Okay. Du kannst. Oh Gott, du bist verrückt. Okay, geh. Du kannst. Und? Ich renne. So. Perfekt. Und Checkpoint. Ach, mal drehen, fünfmal springen. Ja, ja, ja. Einmal würden. Dann, Alter, dreimal hier auf den Cookie gehen. Was ich jetzt hab? Lol. Nee, das ergibt keinen Sinn, oder? Ich bin mal durchgefallen. Okay, ich mach mir selbst den Weg auf. Tschüss. Wo bist du? Ich bin extra gestorben. Okay. Okay. Hier kann ich drücken. Yeah. Ah, ich verstehe. Okay. Okay, erster Ball, zweiter Ball, dritter Ball, vierter Ball, letzter Ball, und Checkpoint. Ein kleiner Zwischensnack. Ich hab mal ne Frage. Ist das jetzt eigentlich das erste, was wir geschafft haben, um runterzufallen? Oh, stimmt. Du hast recht. Echt? Aber ich glaube, dass die werden hier auch schlafen, oder? Äh, das sehen wir dann. Warte. Okay, du kannst. Oh. Hey, du kannst, Mayo. Renn. Du kannst auch. Okay. So. Du kannst. Du kannst auch. Yay. Renn, kleine Mayonnaise. Ich bin unterwegs. Renn, Ketchup. Yay. Was? Was? Okay. Jetzt musst du. Du kannst. Let's go. Du kannst. Sehr gut. Du darfst auch. Du kannst auch. Oh, ja, du darfst. Noooooooon. Okay, spring. Spring. Spring, Mario. Und? Spring. Und, ey, wir haben's geschafft. Natürlich sind wir null mal gestorben. Du hast nicht genug gemacht. Okay, warte. Nein. Das meine ich gar nicht. Mein hier. Okay, ich muss den mal. Okay, jetzt ist es auf jeden Fall sicher. Okay. Ich mach dir eine Räuberleiter. Aha. Einfach mal auf meinen Kopf. Okay, da ist eh nix. Kannst du. Hallo? Ja. Okay. Ich bin dumm. Ich glaub, spring mal. Okay, ich hab's geschafft. Bei mir ist nix drin, ne? Okay, tschüssi. Kannst du jetzt irgendwo durch? Ja. Oh, ich kann jetzt weiter. Und jetzt. Ah, komm. Mach mal auf. Mach mal auf. Mario. Ich bin gefallen. Okay, mach nochmal. Hier, jetzt. Jetzt. Komm. Nochmal. Komm. Yeah. Yeah. Okay. Aber was machen wir jetzt hier? Okay. Willst du wieder auf mich springen? Ach so, okay. Ähm, ja. Perfekt. Dann gebe ich hier rüber. Was ist hier? Ah, hier ist ne Tür. Okay. Und los, Mario. Yay. Aktivier alle schnell. Und, und, ja. Ja, was ist hier? Okay, perfekt. Yeah. Mann. Ey, die zweite Aufgabe, wo wir nicht gestorben sind. Mega cool. Yeah. Okay. Gehst du nach links oder nach rechts? Ja, ich geh nach links. Okay, los geht's. Oh Gott. Was ist passiert? Ich hab's nicht geschafft. Okay, los geht's. Und, los, Mario. Hab's. Und auf das nächste, schnell. Oh Mann. Der, der links ist, muss mega schnell sein, glaube ich. Okay, auf geht's. Okay. Schnell. Schnell. Oh, Alter. Oh Mist. Jetzt, mach. Ich kann ja, ich kann ja noch einmal warten hier. Okay, los. Mhm. Hast du? Kannst. Ja. Oh oh. Und das letzte. Okay. Ich drücke. Ja, ich bin hier. Hä? Hallo. Oh oh. Oh oh. Dann wollen wir mal weitergehen. Also, ich geh weiter, du bleibst da. Ja, ja. Ich warte hier auf dich. Aber lass mich bitte nicht hier stehen. Nein, ich aktiviere jetzt deine Leiter und jetzt lauuf. Fall nicht runter. Fall nicht runter. Ich renne. Fall nicht runter. Ich springe. Mayo, schau dir. Oh, das war knapp. Das war wirklich nicht mehr. Okay. Checkbook drehen, springen, drehen, Keks essen. Kreiseln drauf. Kreiseln. Und weiter geht. Ja, jedenfalls, Leute, falls ihr unbedingt einen zweiten Teil haben wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert mit Emily stinkt in den Kommentaren. Ihr könnt auch gerne bei Emily vorbeischauen. Dort haben wir auch ein super lecker Video gedreht. Sonst würde ich sagen, hier auf der rechten Seite könnt ihr die letzten Videos abchecken und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Haut rein. Ciao. Bye.